hallöchen leute willkommen zum nächsten let's play hör auf und andere und andre schlägt tom dafür und was weiß ich was alles passiert und wir spielen auf normal also alle alle ja volle gute anfang ich bin wieder felix da ist andre der einfach mal ein tutorial reinrennt das hier ist tom der panther und wir spielen adventure map und zwar von hypixel und Menschen ich bin Tom haben wir schon geklärt wir hatten gerade ein paar Probleme andere die mehr falsch geladen hat und nicht drücken wir drauf was freilich was freilich wenn ihr kühle erwartet wird dort im jüdischen wird die üblich zu jürgen und regiert wird dort zu der eckte weit vor der bühne leitiert entorten dort man kann ich gut englisch so bis zu mir durch Questlog! Ich würde mal sagen, ich lese das vor, oder? Ja, mach mal. Okay, äh, äh. Das ist noch einer. Yo, das ist, das ist ein Elite-Gegner. They are hard to kill. Das müsste Dingens sein hier an Zombie-Pigman. Ah! Quest 1. Erschau Viktor und einen Freund von den Zombies. Du kannst ihn schaubern in einem kleinen Haus in front of a mansion. Quest 2, die ich fast nicht lesen kann. Das ist doof. He to the Crypt and find the skeleton king. Kill him and use his music disc on the jukebox. When it's done, make sure you loot the gold nuggets. Viktor will be able to... was? Powerful loot, so irgendwas. Ja, ähm, hier sollen wir noch mehr Leute umbringen. Könnt ihr jetzt selber lesen. Quest 6, subscribe to Hypixel on YouTube. Wir sollen den River umbringen. Und ja. Okay, ich würd mal sagen, wir sind fertig. Ich lass noch mal das Quest-Lock da liegen, das ist super. Ready! Ah, ah. Ready! Meine Truhe. Ach man. Warte, ich will auch eins. Ey, cool, das ist ja auf drei Leute zugerichtet oder nicht. Vier. Vier sogar? Jeder kann einen Steak nehmen. So, und ich würd mal vorschlagen, wir gehen mal hier lang. Jeder ist ein Gegner. Oh, bei mir... ähm, ich muss alles noch verladen. André rennt erst mal einen erstbesten Gegner rein, den er findet. Hey. Oh, was war das denn? Das nennt man Trapdoor. Hey, hier sind voll viele Arbeiter. Hä? Die Menschen hinter euch sind zwei Leute. Opfer, Stranger, Zombies are surrounding us with Trap. Hä? Okay, hält mir die mal eben? Au! Das ist ja die erste Quest. Bist du denn? Ja, hier am Haus. Wieso so leise? Da bin ich nicht. Äh, doch irgendwie schon. ja ja du sagst man mich bestellt sich leiser und lauter wenn es lustig bei einem roten vertreten reichert was so wort was ist das ich kann eine mega laut feindliche kräftoren ich habe es gleich diesen fast tot verbrauchen die dunkel zu brauchen durch die villager um die braucht man noch erste bescheuert hast du mal gucken was geben können wo steinschwert alles klar und das ist eine andere stelle ich will nicht glauben und da wird das bau gut hat jemand am roten pläser so vor allem er hat sich das zweimal wenn du brauchst er immer her warum hat die mietigen geschwetter gegeben immer mal ein also um die mal ganzen namens verortete fleiß ich bin da bei ihm herrlichen schwert rum jetzt er nimmt naja und ich bin sechs kaufen das erwartet ich wollte mir draußen auf euch immer da weg nein ja das ist voll spannend so jetzt habe ich noch zwei übrig von dem verrotteten fleisch bist du da steck kümmer dann bitte auf zur nächsten aufgabe und ich weiß schon wo sie ist deswegen geht das andere vor die dann da such es ist nicht in dem haus da drüben die zweite aufgabe ist der skeletten king der ist ja rechts rein das hier ist ja nicht das ist ein stück normales gelett ich glaube das hier soll er sein nein nein was denkst du warum es in his krypter hieß sag nicht du wirst du hast was von dem skelett umgebracht so ein stein spät ich habe das genauer sein auch aber noch am abgabeck weg 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 auch wohl dachte das ist hier gesetzt leute rein ja rein lauft nimmt die beine in die hat erhält sich noch nicht mehr in er hat mich überleben der jahre in der rüstung erlaubt aber ich habe rüstung so ein abend an aber ich hätte schon leiden bekämpft umgekehrt werden so erinnert ich glaube ich oder und der nächste dass wir nicht mit dem bogen umgehen können ich habe ich habe ein Helm bekommen und ich habe auch einen Rüstungs-Style, Leute. Ey meiner. Oh, ich greife gerade mit dem Pfeil an. Da, 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 da. Kann mir jemand mal helfen? Ich will ja nicht sagen, dass ich in Schwierigkeiten bin, aber ich bin ziemlich für Schwierigkeiten. Komm einfach runter. Oh, sorry, Tom. Hast du mich gerade gekehlt? Da steht ein Zipan, da wurde von André Kruse erschlagen. Lol, in der Truhe war ein Drang, warum habt ihr euch die nicht geholt? War ich keine Trühe gesehen? Jetzt zu spiel, das ist mein Drang. Tom, komm rein. André, ich habe einen Helm für dich, ne? Ja. Hier. Der Brustpanzer für mich. Tom, wo bist du? Was? Warte, lass mich eben die Zombies killen. Komm einfach, ich habe auch einen Helm für dich. Loll, der schlägt mit dem Bogen. Warum tut ihr das? Was ist ein Zombie? Oh, ich habe eine Kartoffel bekommen. Tom, will das mal was? Nee, der ist noch fünf Stunden. Bogen, Bogen für mich. Kommst du jetzt? Ich habe eine verzauberte Rüstung bekommen. Ihr nehmt die Pfeile. Du hast noch einen Holzwert, ehrlich. Ja. Soll ich dir ein Steinswert geben? Ach, da unten drin, ne? Ja, hier einfach runter. Einfach ganz, hier. Oh, kriege ich Pfeile? Und Tom hier? Ach, du hast schon einen Eisenhelm. Gut. Ich würde mal sagen, wir sollen hier draufdrücken. Und hier? Uh, epic. Willst du vorgehen, weil du aufnimmst? Ja, heiße. Hat jemand Pfeile? What's that? Äh, ne, ich habe gerade meine Pfeile, ähm... Ach, ich habe unendlich drin, geil. Und soft? Ja. Weiter, ich muss da hinten hin. Aua. Oh, wo sind sie hier? Ach, ach, ach. Au! Oh, Leute, hört doch mal auf, auf die Druckplatten zu treten, das ist echt hilfreich. Ja, ich habe gerade die Druckplatten, ich bin nicht. Ich bin tot. Zubrin sagt, Skelettenking, wake up, you have visitors. Das Besucher. Stimmt, die sind gerade alle gestorben. Hm, w- W- I was not sleeping, I was waiting. Ich war nicht am Schlafen, ich war am Warten. Ja, mich... Warte! What? Du darfst ja nicht direkt runterspringen, weil sonst bist du gearscht. Warte, wo runterspringt's? Hier. Da war... Dann können die dich nicht so lange nicht erwischen. Dann können sie dich alle erwischen. Ah! Siehst du, jetzt bist du wieder runtergesprochen. Soll, wieso können die da hochgehen? Weil... Die da hochgehen können. Wo ist die normaler Weg? Oh ja, hey, 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 hey. Äh... Ich bin gleich... Hast du eine verzauberte Brustrüstung, oder hast du denn eine... Äh, ich habe eine verzauberte S1-Explosionsschluss- und Teilbarkeit. So, ich bin hier da. Hier, äh, brauchst du eine Rüstung? Alter, das kann ich mal treffen. Felix, brauchst du eine Rüstung? Nein! Nein! Ah, jetzt kann ich die wiederhauen. Oh, sorry, sorry. Sie sehen alle gleich aus. Ja, irgendwie auch. Ich habe mich auch gerade zweimal erwischt, glaube ich, oder? Hä? Kein Grund, mir in den Arsch zu schießen. Äh, hat jemand was zu fordern? Äh, mich hat zwei Sticks. Äh, mich hat zwei Sticks. Ich hatte den ganzen Tag nur ein. Felix, hier, eine Rüstung. Eine Rüstung? Eine Rüstung? Russpanzer. Ihre Rüstung. Was? Was? Kann mir jemand was... Kann mir jemand was... Danke. Wir will eine Kartoffel haben. Wurde sagen, wir gehen weiter. Wohin? Ach, in die Richtung. Ich komme mir nicht hin. Danke. Vorsicht, 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 Gegner. Oha, Achtung! Bananen, Apfel, Marmeladensuße. Oha! Vielen Dank für die Auslösenschweящare Falle. Ich bin oben gespawnt. Oh nöööööööö. Oben? Ja, ganz oben. Jeeh, ich habe es überlebt. Wo kommen wir jetzt noch mal runter? Oh, da ist ein Eisenschwert drinne. Toll, Dunl-loot, wieder alles. Nee, ich will das nicht haben. Ich habe einen Bogen. Na gut, dann nehme ich das. Soll ich ihm eine Pfeile geben und meinen Bogen? den kaputt nicht ich habe den bogen der hat unendlichkeit und den bogen der normal ist dann bleibt mal stehen wo bist du hier immer noch da wo die fände ausgelöst wurde darunter was anträger untergefallen ich habe blind bekommen hey hosen das ist aber für unendlich hier unten nicht passiert wieso habt ihr jetzt die lichter angemacht und wieder aufgeklickt ich habe gerade eine abend pro geöffnet war wahrscheinlich wird dann so ok hier ich habe geklickt schalter bleibt stehen bleibt stehen ich habe feile für dich du hast ein pfeil im arsch decken ich habe unendlichkeit aber ja gar nicht immer noch mal hier sind auch noch mal zwei verzauberte bögen hattest du sogar einen ganzen ja mit unendlichkeiten wir haben alle unendlichkeiten wo man immer noch ein schreck werde und man hat immer noch ein besseres schwer als dein schwert nur ein schwert habe ich doch gesagt in der einrüssel ein ding kann was ist doch auch mit hier wo bist du andre ich warte hier mal auf euch ne was für mich da geht es weiter nein weiter ich will ihn noch gucken oh nein nicht dass die ganzen toni leer gemacht aber gemein seid ihr kommt ja kommst du ja ich komme hier kommt da wollen wir mal den ddl das morgen ist auch gegner also es kann sein so geschossen werdet ich gehe in die richtung so wie so wie andre halt etwas geleuchtet ok ich habe mich irgendwie verlaufen ich noch nicht jemand hatten gas gespawnt ja ich glaube es ist auch ein gas gespawnt das waren licht reicht doch was das witzig sie ist labyrinth ist eigentlich winzig ja ja das wird nur so dass ich bin draußen ich bin auch drauf ich bin auch andere die war ja auch wenn sich na warte warte tom warte tom wir müssen auf andere warten jetzt ach so wir haben alles angemacht ja das ist eigentlich winzig oder ist irgendwo eine truhe das kümmer andre zugrunde da rum rennt ja ist der falsche weg muss rechts ja gerade links richtig runter kicken falsch richtung nein links kurz vorm ziel